So, meine Damen und Herren, willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge hier auf dem Kanal. Nach langer Zeit hatte ich mal wieder Lust, hier was zu machen. RoboCraft haben wir seit lange nicht mehr gespielt und dann würde ich sagen, damit wir keine lange Zeit hier vergolden, kann man natürlich gleich in der ersten Runde. So, dann befinden wir uns in der ersten Runde. Und, guck mal, was wir hier für Leute haben. Der ist aber ziemlich fit aufgebaut. Der ist da oben. Der geht auch nicht aus. Und der fliegt sogar. Bin gespannt, wann wir fliegen können. Wird noch eine Weile dauern, aber dann haben wir... Alter, was hat der für Waffen dran? Der ist eigentlich auch noch aufgebaut. Für viele Waffen. Ja, nachtel in der ganzen Sache, wenn die... Ja, wenn die Füße beschädigt sind, dann kann man nicht mal weiterlaufen. Und das ist die Schitte daran. Ja. Ähm. Ich wollte immer dazu kommen. Am Wochenende ist er wieder ein normaler Leisteam. Wer das weiß, der weiß es. Und wieder um 20 Uhr, Samstag, selbstverständlich, ist er klar, auf meinem wunderschönen, äh, Twitch-Kanal. Ähm, außerdem möchte ich dazu sagen, dass es wahrscheinlich keine, ähm, Let's Go-Videos gibt. Der Grund dafür liegt einfach daran, dass ich, äh, im Moment kein Geld für eine Kamera habe. Oder war mir das Geld, äh, ausgeben möchte für neue Games. Und diese neuen Games, natürlich. Oh, der hat mich besitzt, der hat mich besitzt. Oh, der, puh, okay, wir fahren nochmal runter und wir fahren wieder hoch. Plasma Hover spottet. Plasma Hover, oh, ja, klar. Ähm, das ist eben, ähm, dass ich mir mein Geld lieber für, ähm, Games ausgehen möchte, weil, Games ist eigentlich mein Hauptprogramm hier. Kamera wäre natürlich auch was Nices, aber, Alter, wie schnell übernehmen die ihn. Achtung, ich weiß, dass hier welche sind, da und da haben wir den ersten. Und der ist weg vom Fenster. Nizza. Nizza. Mich hat aber auch gut getroffen, das kann man mal lassen. Ja, und wir kommen, wir werden gewinnen, äh, alter Leute, wir werden gewinnen, das ist natürlich, das stimmt nicht. Guckt euch mal an, jetzt, wie schnell das nach oben geht. Wir haben eindeutig gewonnen. Ähm, wie gesagt, also, let's go, wie das vielleicht nicht, vielleicht das später. Oder ich post einfach mal Bilder von, was, von dem, was ich mache. Und, ja, Games will ich natürlich von euch ganz gerne wissen, was ihr gerne sehen möchtet. Ähm, ich war, wäre natürlich für May. Ähm, Mission Seed, äh, Simulator. Das ist ein, äh, ja, wie soll man es nennen, Rettungssimulator. Oder, ähm, da fährt man Feuerwehr, also kann man, äh, steuern die Feuerwehr, die Polizei. Und Rettungskraft war, ach nein, wir waren verlieren. Was ist das für ein Dreck? Nein! Nein! Ah, fuck. So, ihr habt gerade das Ranking gesehen, ähm, habe ich kurz eingeblendet. Und ich, wir gehen natürlich, glaube ich, in die nächste Runde. Mit dem gleichen Fahrzeug. Jetzt sind wir in der nächsten Runde. Ähm, vor allem bin ich nicht gegengeblieben bei den Sachen mit Let's Go, Videos, dass ich einfach mal ein paar will, ja, Ich sehe die gerade einiges vorhin, na gut. Ähm, hochladen und allgemein, ähm, Mission Seed Simulator bin ich stehengeblieben. Ähm, Mission Seed Simulator würde ich gerne zocken. Gerne zocken, ist für mich eigentlich von meiner Seite aus ein geiles Game. Muss man lassen, ähm, sehr stressig, aber man muss auch Leute finden, die Simulationen mögen. Oder ich mache es als Streaming-Projekt. Mal gucken. Dann haben wir noch zur Auswahl, ähm, Purcht Cars. Wir haben noch zur Auswahl, ähm, ein Spiel, was ich sowieso ganz, ganz gerne zocke, ähm, oder dann mache, ähm, Das ist das Spiel, ähm, von seinen Nachbarn. Wer es nicht kennt, man ist da ein Nachbar und ärgert seinen Nachbarn. Und das wird schon... SMG Hover spotted. Eigentlich richtig, richtig nice, das Game. Also, was hat der? Oh, ich bin weg vom Fenster. Äh, jedenfalls, das ist ein Spiel, wo man, äh, Leute ärgert. Man kann das mal eingehen, äh, böse Nachbarn. Und mal seine Meinung dazu sagen. So, diesmal mal hier die, äh, Statistik, wo ich auch mal wieder was erzähle. Oder auch nicht. Und dann gleich wieder wegklicken. Wir gehen natürlich jetzt mal mit, äh, mit jemand anderes Heim, wir gehen mit dem hier rein. Der muss auch mal wieder ein bisschen hochgelevelt werden. Ähm, simpel, kleines Ding, wird natürlich schnell weggeballert. Ja, probieren wir mal. So, ähm, mir kam das gerade ein bisschen sehr hoch vor. Muss man mal ehrlich sein. Ich will, glaube ich, noch in den Runden. Und wir sehen hier drüben auch, Robo 1, Robo 1, Steffiko. Da oben, das erste wird wohl ein Mädel sein. Tank, heißt er in da drüben. Wir haben sogar einen Sniper. Der Irup, der nennt sich er Sniper. Naja, hat schon was ordentlich ist dran. Kann man mal lassen. Oh mein Gott, was ist das für ein Ding. Yo, was geht mit dem? Bisschen krank ist er schon, oder? Alter, könnte man schon immer so weit springen, oder haben die jetzt gepatcht? Weil die haben das gepatcht gehabt. Dann kommen wir auch noch hin. Sauber, Leute. Ich habe zwar noch kein gekillt und wurde bald wieder gekillt. Nein. Das ist... So, ich glaube, noch zwei Runden macht man. Wollen wir mal gucken. So, hier haben wir die Statistik. Und wir gehen mit... Oh, wir haben einen Hero Bonus. Und jetzt... Ähm, wir gehen einmal noch mit den rein. Danach gehen wir noch mal mit dem 1er rein. Guck mal, wie der sich schlägt. So, hier sind wir... Ach, du heilige Magere. Was ist das? Wo? Ein kranker Shit. Äh, Alter. Das ist wirklich krank. Der PPP... Alter Schwede. Mitzamitza. Aber da... Der hat einen großen Überblick bestimmt. Das ist ein Vorteil. Habe ich ja hinten schon jemand gesehen. Ne. So. Ne, aber es ist wirklich jetzt... Es geht zum Neujahr über. Ja, und ich möchte natürlich auch für den... Für den Kanal, äh, gute... Ähm... Ja, Sachen, äh... Machen und... Ah, ich werde angegriffen. What the hell. What the hell. Ich bin tot. Ah, okay. Gut, war eine gute Runde. Also, man könnte sich dort nicht dagegen wehren. Das war ein bisschen zu okay mäßig. Plasma Bomber spottet. Alter. Alter, okay. Gut. Ich glaube, wir gehen jetzt mal in die letzte Runde. Denn allgemein Robo-Kraft ist ein kleines Game. Süß. Obwohl, eins würde ich gerne machen. Das ist Hammer. Ne, der nicht. Der auch nicht. Den möchte ich mir angucken. Ach, der hat hier drin ist eine Kabine oder was? Der hat überhaupt keinen Sitz, oder? Ah, gut. Wir gehen in die nächste Sonne. So, die Statistik ist immer hier. Mir ist außerdem noch ein Game eingefallen. Oh, nochmal Hero-Brunus. Nice. Was ich auch noch spielen möchte, würde, gerne, sollte. Vorher gehen wir mit dem in die Runde. Und dann gleich das Game. So, das sind wir hier in die Runde. In der Runde. Nice. Und das Game, was ich erzählen wollte, ist eigentlich ein richtiger Game. Ein paar kurzen rausgekommen. Star Wars Battlefront. Ähm, also, es sind schon ein paar Spiele zur Auswahl des Star Wars. Star Wars Battlefront. Das muss ich jetzt sagen, Star Wars habe ich nie geguckt. Habe ich kurz nicht davor. Doch, eine Folge, glaube ich, geguckt. Da ist irgendjemand gestorben. Ich würde das nie. Aber, war Star Wars? Ich glaube. Ähm. Hier ist eine Folge habe ich dann geguckt. Mehr nicht. Weil mich das nie so interessiert hat. Ich ja... Eigentlich ist Star Wars wirklich so eine Sache, wo man... Oh, Star Wars. Das ist ein Generationenfilm. Das muss man sich reinziehen. Äh, ich kenne mich damit nicht aus. Also, wenn ihr Ihnen ankommt mit Star Wars, ich kenne mich da nicht aus. Und ich hänge fest. Oder nicht. Oder ich fliege noch weiter runter. Geht natürlich auch. Ähm. Mit diesem... Mit Star Wars, wie gesagt, kenne ich mich nicht aus. Ich kenne es bald ein paar Leute davon. Wow. Alter, die sind doch hier alle auf... Laufen unterwegs. Auf Laufen unterwegs. SMG Walker spotted. Plasma Walker spotted. Und ich bin dort. Gut, äh, das war's mit diesem Runden. Ähm, wenn euch der Part gefallen hat, gebt dann natürlich den Daumen nach oben. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr beim Livestream dabei seid. Und natürlich auch eure Musikwünsche. Die möchte ich gerne da hören. Um alles vorzubereiten. Und Playlists zu erstellen. Und natürlich auch, ähm... Ja, ähm, welche Games ihr am liebsten mal sehen möchtet. Auf meinem Kanal. Ihr wisst ungefähr, wie ich drauf bin. Was ungefähr zu mir passt. Und dann versuche ich auch, diese Games zu zocken. Wenn das nicht so viel gekostet. Und dann mach ich das. Und dann bis zum nächsten Mal. Euer Menden und so. Das ist ein Bruder. Und tschatschau.